Ich bin Joscho und Film ist in meiner Welt. Herzlich Willkommen auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit einem neuen Thema, sagen wir so, neuer Rubrik hier auf dem Kanal und sowas ähnliches gab es ja schon bei anderen Kollegen und das ist heute die Discord Gruppe zeigt ihre Sammlung und da habe ich gedacht sowas wäre doch mal recht lustig aus unserer Discord Gruppe, wenn die ihre Sammlung zeigen wollen. Es ist immer sehr interessant, so eine Sammlung sich anzusehen und da starten wir heute. Die liebe Steffi und der liebe Maik haben ihre Sammlung, Bilder von ihrer Sammlung mir geschickt und die werde ich euch dann gleich zeigen. Mal schauen, ob sie noch mehr finden werden, die auch ihre Sammlung zeigen, aus der Discord Gruppe und dann wünsche ich euch schon mal viel Spaß und bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.